Ich kann nur durch das hessliche Spiel Pass das mal aufnehmen Wir haben das schon voll geistesabwesend Hm, ja Ah Hier, fünffünff, ich bin Profi Im ersten Versuch und so Ich mag die Mauszeiger hier Will ich mal Auftragskiller werden? Oder darf ich erst mal Auftragskiller kommen? 100€ für den Kopf der MW BAM! Haben Sie Professor Dumbledore gesehen? Ach nein Was? Du musst wieder unsinnig durch die Gegend laufen Das können die doch vorschulen Kann sie nicht Ich will's doch langsam nur noch hinter mir Ich will behaupten können, ich hab das Das Harry Potter ficken Flash durchgespielt Ja Nee, ich will's nicht behaupten können Aber ich will behaupten können Dass ich diese psychische Volta durchgehalten hab Ja, auf freak-gefuierische Art Ja Freakig und frei Hm Äh, lauf! Warum guckt sie dir jetzt die Uhrsturm an? Er wollte nicht laufen Wir gehen auf den Turm Wir gehen auf den Turm Und das dauert bestimmt noch ein 100€ Und auch eine Treppe Die verlangsamt das auf Hör mal auf zu gehen Das langweilt mich so Ich kann da nichts für Das ist ein normaler menschlicher Vorsicht Ich glaub wir haben's doch so verstanden Das ist die Lama nicht Oh hier, jetzt geht's los Warum machst du das nicht mit Absicht? Ich schluss dir Dann geht woanders hin Geh ich da meine Richtung Ja, freu ich den Krieg Ich will das alles nicht mehr tun wollen Ich werde nicht darüber verhandeln Severs Du hast zugestimmt Kein Verräter Geh für mich anschaffen Servus Du hast mir zugestimmt Geh für mich Geld anschaffen Kleine Bitch Ne, ich geh in deine Ecke und holen Ja Harry Es ist an der Zeit Den Horcrux Genau Oh, aber schneller Ich bin nicht so alt werden wie du Aber ich habe dir ja versprochen Dass du mich begleiten kannst Allerdings nur unter einer Bedingung Was auch cool, gell? Wenn dann bitte unsere Brero auch hättest Und solche solche Wie heißen die Teile? Diese Weißt du? Diese Weißt du? Ich denk an was ganz anderes So eine Bewegung Das mach ich aber nicht Aber schau mal vor Damodoro So ein Hut Und dann Akunkeratsch 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 Ich bin bereit zu gehen Ich spreche mit ihm Ich bin bereit zu gehen Von dieser Wächter Ahhhh Los geht's Und dann richtig Bro hier Fische Videos Hä? Der Todessternfeuerlauf uns Laserstroll Das ist der Ort Genau hier stand Tom Riddle Als kleiner Junge Mehrere Leute sind bereit Ich wusste ja Put Als Da haben wir da rein kann geben Womit sind wir denn da hingegangen überhaupt? Beten? Das war irgendwie so ein Ausflug So wie ich das mitgekriegt hab Aus dem Hörspiel davon Ja Ich hab das Buch Das Hörspiel zum Buch gehört Guck mal so an die Scheiße Die wird nicht rüber gefahren also Ja aber Man sieht die kaum Ist auch dunkel Obwohl sie haben ja ihre Lumos gleich daneben aber Naja wir machen natürlich dunklen Schatten raus Wo der Hörspiel ist Eine Höhle Im Bär Oh ja Erhol in the mountain Erhol in the mountain Erhol in the mountain Trink die Scheiße auf Ich denke dass die Flüssigkeit getrunken werden muss Sie hat mir nur gesagt ich denke Anstatt einfach mal reinzukreifen Einfach runterdruppeln Egal was dieser Zaubertrank auch mit mir macht Du musst mich vergewaltigen um ihn zu trinken Du musst mich vergewaltigen um ihn zu trinken Du hast mir dein Wort gegeben Harry Und nun Auf de Woraus hat er getrunken Woraus hat er getrunken Auf deiner Hand Sir Hast du halt dieses Blick gesessen? Sie können nicht aufhören Professor Sie müssen weiter trinken Ich will nicht Zwing mich nicht Jetzt können wir eine geile Vergewaltungs-Szene hören Bitte Wir werden jetzt das Bild wegmachen Leute Das wäre ein Porno Ein akustisches Porno Ich glaube ich bin würdig dafür Dass wir an dieser Stelle den Zauber ausblenden Ja das könnten wir mal machen Oh Gott Nur noch das hier Professor Nur noch das Können wir unsere Haut später rausschneiden Das ist so heftig Der Nachgeschmack ist so eklig Wasser Das müssen wir da aber kurz danach synchronisieren Also diese Einstellblatt Wie schnell das macht man plötzlich Oh hier Harry's Bay Oh hier Harry's Bay Äh Okay Kommt doch diese Dinger raus und was er Die Zombies außerhalb sei toll Oh der Spiel ist so anspruchsvoll Wir haben so die Probleme das hier zu machen Das brauchst du nicht Feuer einfach drauf Jetzt willst du die Scheiße bitte Ja wenn der kommt sowieso nicht hoch Weil ich ihn so froh bin Der kommt sowieso auch nicht hoch Weil ich ihn so froh bin Ich spiel das nicht Oh mein Gott Harry Potter was lost Und das ist so Und das ist so Animiert Aero-dynamisch-design Boah Oh Boah 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 Schnell Ich glaube cool, hier gibt es nicht diesen Spreeder, so dass es auseinander geht hier. Ich versuche mal weiterfeuern. Tut gut. Ja, ja! Ich habe ihn getroffen! Ich habe ihn getroffen! Ich habe ihn getroffen! Das können wir uns gerne angucken. Ich will mir das nicht nochmal angucken. Guck uns das nicht nochmal an. Nein, du sagst, ich gucke mir das nicht nochmal an. Das ist voll der Penner. Dann mache ich diese anspruchsvolle Scheiße hin. Ich glaube, du hast die richtige. Oh, wenn sie weiterhoben, dann muss ich in der Zimmer mit treffen. Irgendwann, du musst sie überhaupt nicht in der Zimmer. Ich glaube, du musst sie überhaupt nicht in der Zimmer. Guck an das. Guck an meine Magik. Guck an das. Guck an meine Magik. Guck an das. 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 Ich bin noch weiter oben. Jaaaa. Fress mein Maschinengewehr! Eigentlich wollte ich nicht vor mir die Formisierung der letzte Pelz. Aber das ist der letzte Pelz? Ich meine, du musst dir fast ruhig sein. Nein, heute aber. Ach so, dafür soll es aber zwei Teile gehen, die verfilmt werden. Ja, ich weiß, komm jetzt. Nee, weil das so viel lang ist. Ja, komm jetzt. Kann das so lange gehen? Ja, eben. So sollen die noch die Pimp-Pump-Kil machen? Ja. Oh, guck hier! Weg hier! Der geht nicht weg! Habt ihr das gar nicht gesehen? Der ist nicht verlangen gewesen. Aber warum lädt es wieder in den Augen? War fast eh! Du hast das wieder verloren hier. Ich muss ja voll zurück da hier, ey. Du verlierst jetzt wieder. Ey, komm! Ich hatte keine Chance, dass es... Weil du aufgelacht hast. Ich muss 300 Mal zaubern damit, die von oben weg gehen. Diese Bums-Nasen, ey. Ich bumse den so fäll in den Arsch, dass die voll freiwillig wieder ins Wasser gehen. Ey, komm! Bums-Nasen! Ja, Bums-Nasen! Boah, echt? Boah, echt? Boah! Ja! Das war links! 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 Ich schaff das nicht ohne Scheiß! Ich schaff das nicht! Ich mein, ich bin jetzt wirklich kein schlechter Zocker, aber... Nein! Ich kann nicht mehr so viel klicken! Ich kann nicht mehr so viel klicken! Ich kann nicht mehr so viel klicken! Hey, du bestell! Du sagtest ja damals, jetzt kann man das Game-Fall! Also ich kipp wirklich mein Bestes hier, aber also mir wär das peinlich! Mir nicht, boah! Das Ding ist sehr anspruchsvoll für dich! Das ist anspruchsvoll, das ist ein Lizenz-Spiel! Du weißt, was wir von Lizenz-Spiel reden! Die Lizenz-Spiel sind scheiße, aber das heißt nicht, dass sie nicht anspruchsvoll sind! Die sind nicht anspruchsvoll, das ist der letzte Renek! Mega Man, das ist anspruchsvoll! I wanna be the guy! Das ist auch ein Ding! Nee, gar nicht! Das sprich ich einfach durch! Ohne Save-Games! Du auch noch mehr! Jetzt geht's jetzt weiter! Links! Nichts! 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 Wow!